Yo Leute, willkommen zur nächsten Folge von einem neuen Projekt eigentlich, muss man sagen. Ihr seht schon, es ist nicht die Tiny Aura 5 Welt, sondern eine ganz andere. Und zwar habe ich es geschafft, endlich mal eine Folge von Hypixel Skyblock hochzuladen. Ja, ihr hört richtig oder ihr lest auch richtig, denn das hatte ich ja lange schon mal vor. Ich habe es aber nie wirklich rausgehauen, ich weiß auch nicht. Es hat sich einfach nie ergeben, beziehungsweise ich hatte auch hohe Ansprüche und wollte unbedingt, dass das Projekt so richtig krass wird und habe dann gedacht, ach naja, komm, das verschiebe ich noch, ich habe jetzt hier keinen Sinn dafür oder keine Zeit. Ich habe eben dann nie so wirklich mit dem Gedanken ernsthaft gespielt, dass ich hier nochmal zu was kommen könnte, beziehungsweise, dass ich die Folge so angemessen hinkriege, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ja, jetzt war es mir einfach egal, ich brauchte nämlich heute ein Infovideo. Aktuell gibt es ja keine Projekte mehr, die offen sind, wo ich noch irgendwie eine Abschlussfolge machen kann, wie damals bei City Survival 5 oder so. Und deswegen dachte ich mir, naja, bevor ich jetzt anfange und Admora nochmal auskrame, wo ich ja nicht mal mehr eine Welt habe oder ähnliches und auch kein Material, was ich verarbeiten kann, mache ich einfach mal hier eine Folge, da kann ich das vielleicht so zwei, dreimal im Jahr bringen, zumindest immer halt, wenn irgendwelche Infovideos mal anstehen zwischendurch oder ich keine Zeit habe, um was anderes zu schneiden. Darauf komme ich gleich auch noch. Und ich denke mal, das ist eine gute Möglichkeit, da kann ich das Projekt zumindest unterbringen, irgendwie in einer Form, bis ich vielleicht irgendwann mal dazu komme, das auch regelmäßig zu bringen. Das weiß ich aber jetzt noch nicht, wann das sein wird oder ob das überhaupt der Fall ist. Also, keine Ahnung, was in einem Jahr oder so geschieht, aber ich muss erst mal einige andere Projekte abarbeiten, die noch so geplant sind, beziehungsweise ausstehen. Und da werde ich dann auch ein bisschen warten, genau. Also, ich will jetzt hier mich noch nicht irgendwie verbindlich festlegen, das ist jetzt einfach so ein unverbindliches Video, erst mal so eine erste Folge. Er wartet also in keiner Form eine zweite für das erste, also nicht, dass ihr da enttäuscht seid, wenn keine kommt oder ähnliches. Rietz hat sich jetzt ja immer mal gewünscht, dass das Projekt überhaupt kommt und ich denke, er wird sich schon freuen. Er hat ja die Folgen immer relativ chillig gefunden, wenn ich die auf Lumash gebracht habe und da kann man das doch, denke ich mal, anbieten. Ja, aber warum kommt heute kein Teil hier auch auf 5? Das Problem war, dass ich halt einen relativ stressigen Tag hatte. Ich hatte noch eine Klausur geschrieben, tatsächlich, ne. War natürlich an sich schon mal genug, also da musste ich auch noch lernen vorher und hab's dann einfach nicht geschafft zu schneiden, logischerweise. Daraufhin war's dann so, dass ich noch ein bisschen weitergearbeitet hab an der Hausarbeit. Ich muss nämlich bald fertig werden damit. Ich hatte ja in Infinity neulich schon angesprochen, dass ich bis Ende Februar die Hausarbeit abgeben will und ich will halt jetzt es nicht dazu kommen lassen, dass die Woche nach meiner Prüfungszeit direkt so stressig nochmal wird und ich übelst Panik schiebe, weil ich die Arbeit noch nicht fertig hab. Und deswegen hab ich mich jetzt dran gesetzt und schon mal etwas vorgearbeitet wieder, beziehungsweise einfach weitergearbeitet. Ich hab ja schon einiges geschrieben, nur ich müsste eben jetzt noch einiges nachreichen und ich weiß noch nicht, ob ich das in der einen Woche, beziehungsweise in neun Tagen dann so hinkriege. Deswegen, ja, hab ich einfach mal jetzt mir gedacht, dass ich die nächsten Tage auch hoffentlich aktiv bleibe und da einfach mal weiterschreibe. Heute hatte ich auch einfach mal Bock so nach der Klausur, die ist nämlich gar nicht mehr so gut gelaufen. Da wollte ich in irgendeiner Form noch produktiv sein. Und ja, dann hab ich auch noch aktuell ein Projekt, woran ich sitze, was ich dann noch abgeben muss heute tatsächlich. Also, das wird auch noch mal knapp parallel hier zu dem. Aber ich bin da schon fast fertig und sollte das eigentlich einigermaßen schnell abgeben können. Das muss nämlich noch vor 24 Uhr raus. Aber, ja, ich denke mal, da ist alles abgeschlossen, sodass ich dann nicht mehr allzu viel Stress haben sollte. Ich muss eben aber auch diese Folge hier noch nebenbei vorbereiten. Und ja, das geht definitiv schneller halt, als jetzt hier so eine Tiny Aura Folge zu schneiden. Also, da hätte ich einfach keine Nerven für gehabt. Das wäre heute wirklich schiefgegangen noch. Und bevor ich da irgendwie mich rumquäle oder irgendwas Halbgares am Ende bringe, keine Ahnung, was da rausgekommen wäre, kann ich ganz ehrlich nicht sagen, mache ich einfach dieses Video hier, baue meine Holzklötze. Und ja, sicher gibt es jetzt hier nicht viel zu sehen. Aber, keine Ahnung, ich war halt hier noch nicht so wirklich aktiv auf der Welt. Ich werde einfach gucken, was ich hier noch draus mache aus dem Projekt. Kein Plan. Es läuft ja auch noch auf der 1.8 technisch gesehen. Also, der Server ist ja logischerweise, weil es ein Multipler-Versions-Server ist, jetzt nicht so krass drauf. Also, ich kann hier auch keine neuen Blöcke und so weiter nutzen. Das ist natürlich blöd. Und das ist ja immer so eine Sache, die ich wieder kritisiere. Also, auch bei Gomme und überall. Ich weiß nicht, sie kriegen das halt nicht hin mit dem Plugin, dass man neue Blöcke placen kann. Aber ist halt auch schlecht möglich, wenn jetzt andere Spieler mit einer alten Version zocken, dass sie dann die neuen Blöcke angezeigt kriegen. Das ist halt dann auch eigentlich nicht umsetzbar. Außer man programmiert ein Plugin ein und ein Texture-Pack oder irgend so einen Scheiß. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach mal ohne weiteres geht. Vor allem nicht mit allen Blöcken. Vielleicht mit einzelnen oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Oder dass irgendwelche Spielmechaniken über Plugins ergänzt werden, die aus den neueren Versionen sind. Aber mehr wird es wahrscheinlich jetzt nicht geben aus irgendwelchen Updates. Und das ist natürlich schade, aber egal, wir können damit leben, denke ich. Und ja, ich brauche ja auch noch Glas und so weiter. Ich habe ja natürlich noch nicht alle möglichen Sachen bereit, die ich hierfür brauche. Ich muss mich auch noch mit dem Shop-System und so weiter auseinandersetzen. Ich hatte ja schon mal in der einen oder anderen Lumash-Folge das Ganze vorgestellt. Und man kann gar nicht im Inventar craften, kann das sein, ne? Man muss immer hier rein und muss das über diese Workbench machen. Oh Mann. Es gibt da auch ein Backpack, da kann man sich das so mit hin und her tragen. Aber das habe ich jetzt alles nicht. Also wie gesagt, diese ganzen Special-Items, ich habe mich hiermit noch nicht beschäftigt, ne? Wenn ich mal hier war, wollte ich halt einfach nur zocken und irgendwie ein bisschen weiterbauen. Habe zwar immer mal in den Lobbys geguckt, aber das war auch dann so verwirrend. Keine Ahnung. Auf Dauer hat man sich dann wirklich nicht durchgefunden. Und da habe ich es dann eben doch relativ schnell wieder gelassen. Naja, aber irgendwann wird das vielleicht mal was. Keine Ahnung. Wenn ich mal so einen langen Stream mache oder irgendwie keine Projekte habe, die ich sonst zocken kann, könnte ich mich ja auch mal hier drauf konzentrieren. Aber ich weiß noch nicht. Da braucht man auch so einen richtigen Flow oder so eine Hype-Phase, dass man hier wirklich Bock drauf hat und so eine Routine reinkriegt quasi. Also, dass man zum Beispiel mehrmals in der Woche hier drauf joint und so, das kann ich mir aktuell halt alles überhaupt nicht vorstellen. Und Alter, wo ist denn jetzt das ganze Zeug hin, ey? Das Holz ist einfach so weg. Jetzt könntest du natürlich in die andere Welt und welches farmen. Ich habe mal welches zugeschmissen gekriegt von irgendwelchen Leuten. Achso, das ist jetzt hier im Inventar. Keine Ahnung. Anscheinend funktioniert die Pick-Up-Block-Funktion wieder nicht. Was weiß ich. Naja, jedenfalls war das schon mal ein ganz cooles Geschenk, dass irgendwer mir mal Holz geschenkt hat. Also, davon zehre ich bis heute noch. Ich glaube, seit einem Jahr schon oder was weiß ich. Ist schon krass, aber naja. Okay, ich gucke mal, dass ich das jetzt hier vielleicht einigermaßen gut baue. Ja, morgen geht auch Topfetech 2 übrigens los. Also, das auch nochmal so nebenbei. Nur so, damit man mal drüber gesprochen hat. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich heute noch eine Folge Tiny Craft Attack 8 mache. Quasi so als Aftershow-Party oder wie auch immer man das bezeichnen will. Hätte man natürlich ganz cool umsetzen können. Aber ich glaube, es wäre jetzt auch witzlos gewesen, wenn ich zum Beispiel einfach nur über die Map fliege und ich hatte jetzt auf die Schnelle auch keine bessere Idee. Deswegen habe ich es dann doch gelassen und lieber hier angefangen. Keine Ahnung. Hier habe ich zwar auch nicht so viele Ideen, aber zumindest in irgendeiner Form kann ich ja hier eine Folge anbieten, wie man sieht. Und wo ist das Holz bitte jetzt hin? Ich verstehe es nicht, ne? Das ist einfach so weg. Also, was das für Bugs sein sollen? Ich habe das hier ganz normal getragen und gehalten und dann war es einfach weggebugt. Das war vorhin schon so. Dann ist es ja wieder erschienen, ja, wie man gesehen hat. Und jetzt komme ich hier nicht dran. Egal, was ich klicke oder mache. Es ist einfach nicht möglich. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Sind das irgendwelche Skyblock-Bugs oder woran liegt das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier irgendeinen Slot anders platzieren oder belegen? Jetzt sind mir quasi die Hände gebunden für den Rest der Folge. Ich habe keine Ahnung, wann das mal wieder da ist. Ich denke mal, wenn ich mich neu einlogge, könnte es eventuell sein. Aber jetzt habe ich ja auch keine Gewissheit mehr. Ich würde dann einfach mal die Gelegenheit nutzen und hier noch ein bisschen die Skelette erstmal vertreiben und noch ein Thumbnail machen. Vor allem. Dann haben wir zumindest das noch gemacht, bevor ich nachher wieder schneiden muss, extra dafür. Obwohl ich jetzt natürlich auch wieder einige Schnitte setzen muss. Aber es hält sich noch in Grenzen heute, denke ich. Denn ich habe einige Sachen am Stück erzählen können und das war schon nicht so schlecht. Also es ist auf jeden Fall besser zu bearbeiten, als noch irgend so eine Tiny Aura-Folge zu schneiden. Das wäre heute wirklich in die Hose gegangen. Ich will dann vor allem mal ein bisschen Ruhe haben dafür und nicht immer so unter Druck stehen. Ich denke mal, morgen geht das wesentlich besser, aber die Top-Vetech-Folge wird auch entsprechend später kommen. Also nicht 15 Uhr schon, denn ich habe dann vormittag noch ein paar Termine und da kann ich nicht wirklich hier das Ganze schneiden schon, damit das pünktlich kommt. Aber ja, irgendwann dann im Laufe des Tages. Ich hoffe mal, die wird ganz cool. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her. Die werden natürlich dann auch noch eine ganze Weile jetzt sich im Juli aufhalten, die Folgen. Also nicht wundern, wenn jetzt wieder ganz schön alte Videos die nächste Zeit kommen. Aber danach wird es dann relativ schnell sich normalisieren beziehungsweise etwas aktueller werden. Denn im August, September habe ich dann nicht mehr so viel aufgenommen und Oktober, November erst recht nicht so. September vielleicht noch mehr. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie es verteilt war. Aber jedenfalls werdet ihr dann merken, dass die Folgen doch mal wieder etwas aktueller werden. Und ja, dazu kommen wir dann aber, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Und ich würde jetzt noch ein bisschen reden. Ja, ich wollte jetzt schon beenden, aber ich habe noch nicht die Zeit erreicht. Naja, muss halt hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas zu sagen? Spontan fällt mir gerade jetzt nichts ein. Naja, Skyblock, kann man jetzt nichts weiter nennen. Also ich habe, denke ich, alles dazu gesagt. Dann Snow Village beispielsweise kann man nochmal ansprechen. Da kommen mir aktuell auch alleinige Folgen, die ich alle schon fertig habe. Das ist natürlich ganz cool und erleichtert mir auch einiges. Ja, in ein paar Wochen geht es ja dann wieder mit täglichen Together-Folgen weiter. Also auch in Snow Village wird natürlich dann wieder etwas stressiger für mich zum Schneiden, obwohl es geht eigentlich. Ich habe mir das schon mal angeguckt, was ich da für Material habe und die ersten Folgen, die dann ab Ende Februar wieder kommen, die ich schneiden muss, sind eigentlich relativ okay noch so zum Editieren und danach wird es halt ein bisschen spannender, sage ich mal. Ich weiß auch noch nicht genau, wie viele Folgen ich am Ende rauskriege. Ich habe mir das jetzt schon mal alles ein bisschen geplant, aber ich würde den Upload-Plan erst mal später verkünden in einer Infinity-Folge oder so. Da passt es besser hin, als jetzt hier das anzukündigen. und dann habe ich auch vor allem die Gewissheit, wie ich es schlussendlich mache und würde nicht irgendwas komisches versprechen, wie es jetzt der Fall wäre. Okay, dann würde ich aber jetzt beenden. Danke fürs Zusehen an der Stelle und tschüss. Zusehen an der Stelle